Hallo! Kommen Sie mal! Ja. Sie arbeiten hier doch. Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Was Sie für mich tun können? Wenn Sie sich hier mal umsehen, ist denn für Sie wirklich nicht ersichtlich, dass hier etwas gewaltig nicht stimmt? Ist es möglich, dass Sie etwas begriffsstutzig sind? Na los, sag Ihnen mein Lieblingswort. Exklusiv. Genau, und damit wäre alles gesagt. Exklusiv. Platin. AVEX. Und was haben wir hier? Andere Leute. Andere Leute, du sagst es genau. Was soll das? Wissen Sie, wir sind komplett ausgebucht. Es tut mir leid. Das sagen Sie, aber das kümmert doch mich nicht. Ich möchte meinen eigenen Tisch haben. Da hast du völlig recht. Es tut mir sehr leid. Sie sollen sich nicht entschuldigen. Sie sollen nichts weiter tun, als diese Menschen hier sofort von unserem Tisch zu entfernen. Aha. Ich finde, ihr solltet gehen. Immerhin haben wir zuerst hier gesessen. Hört mal gut zu. Zuerst hier oder nicht ist eine Regel für Leute, die an einem Nudelrestaurant anstehen. Ihr seid wohl noch nie in Europa gewesen, habe ich recht? Wenn man das entsprechende Standing hat, ergibt sich die Reihenfolge von allein. Ich war mit 18 zum ersten Mal um Welfar und seitdem bin ich bei AVEX und bekomme überall exklusives Treatment. Welfar? Was ist das? Und was ist AVEX? Das Welfar ist das Welfar. Und AVEX ist AVEX, wie man weiß. Ich nenne es die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Was die von uns wollen, weiß ich nicht. Aber nett ist das nicht.